Snowboard-Level jetzt, ne? Ja. Nice. Adam und Rocky. Adam hatte ich damals ja gemained in dem Game, ne? Ja, du kannst auch richtig gut mit ihm. Die haben wenigstens vernünftige... Ja, die haben die Jumpkicks halt, ne? Und hier war es, glaube ich, auch immer schwierig, sich vor dem Boss zu verwandeln. Ja, irgendwie kriegt man hier zu wenig Blitze. Ja, und die, die man kriegt... Kaiser! Skellerina! Oder wie er hieß, Skellerina? Irgend so ähnlich. Aha, das Mädchen! Den Blitz will ich nicht, den will ich nicht! Ja gut, wenn die Gegner von hinten kommen, ist es auch schwierig, die Blitze einzusammeln. Warum blört das gerade ein bisschen? Ich glaube, es war damals halt aus, so. Äh... Warte, warte, was kam? Jump, Jump, so... Achso, ne, die Steine, guck mal, wir kennen das Spiel total gut. Ein großer, äh... Abgrund, mehrere größere Abgründe. Ja, die können, glaube ich, irgendwie... Aber die werden mit einem großen Ausrufzeichen... Äh... Ja, ich glaube, ich bleib trotzdem hier auf der Lane, weil ich, äh... Ich meine, es müssten gleich... Hast du dieses Duck-Ding? Hast du dieses Duck-Ding? Das ist das Jump-Ding. Ja. Es ist Jump. Okay. Ist nicht ganz so schwierig. Achso, ne, warte, ich glaube... Einer von den Trotteln... Sollte, glaube ich, dann später irgendwie gegen den Tunnel knallen, damit man irgendwie mehr oder weniger gewarnt wird davor, ne? Wenn überhaupt. Oh Gott. 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 Jump. Das war halt das Schöne, wenn man die Gegner halt so ein bisschen... Ja, das waren drei. Oh Gott. Ja, das waren aber solche Sachen, da, äh... Das waren zwei. Ah! Das waren nur zwei. Jetzt, wenn ja diese beiden Bretter übereinander liegen, das sieht halt schon ein bisschen weird aus. Komm, spring nach rüber. Ja. Dann wird er jetzt gehittet. Von der Wall. Nein. Nein, das ist ein Jump. Waren das jetzt die drei? Ja. Ich wusste aber, irgendwo kommen drei. Nein. Ich bin doch nicht doof. Original Power Rangers. Befangen. Yes. Ich habe mal die Station, glaube ich, auch gemacht. Ah, da ist er. Und jetzt stelle vor, du hättest den Gegner nicht. Den Gegner nicht. Und du bist noch auf der anderen Lane. Ja. Deswegen bin ich jetzt geswitcht. Ich war ein bisschen sehr vorsichtig. Okay, dann nicht. Oh, hoppla. Dann halt so. Yeah. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt alles schon ziemlich gut. Hier waren Burger. Ja, gut. Hilfe! Na komm. Die Meatballs sind einfach runtergerollt. Hutja! Hadoken! Ach ja. Wie im Film. Richtig. Hält man sowas. Ich brauche mich ja auch nicht hier versuchen, jetzt irgendwie Glitz zu sagen und nicht zu verwandeln. Glitz hin. Aber ihr könnt mal gerne jetzt den Glitz zu verwandeln. Ob einer von euch da draußen auch mit Power Rangers aufgewachsen ist? Es gibt ja viele, die sagen, ach, das ist doch Blitz hin, ist doch scheiße. Sorry, es ist super cheesy und ist einfach das Geilste auf der Welt. Aber nur die Mighty Morphins, ne? Ja. Nur diese Turbo Kacke und Galaxy Penner, die braucht kein Mensch. Das ist einfach weit nach unserer Zeit. Ja. Wir können aber noch behaupten, wir haben damals angefangen mit den Power Rangers. Ja, eben. Wir haben ja die Anfänge mitbekommen. Richtig. Das war schon richtig, richtig nice. Und ich hab ja original die erste Staffel auf DVD zu Hause und ich find die jetzt echt geil. Jaaaa. Ich warte mal überlegen, ob ich mir den Rest halt auch noch zulegen soll. Aber die erste Staffel muss halt einfach sein. Bist zum grünen Ranger, ne? Ja. Oder ich glaub sogar bisher auch zum weißen wurde, ich bin mir dann nicht sicher. Doch, so weit? Krass. Ich bin mir dann nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass Tommy da war und dann plötzlich war er wieder gut so. Ich weiß halt nur nicht, ob er dann der Weiße wurde da schon. Was? Ja, der Boss kommt jetzt. Was soll ich mit dem? Der verbraucht die doch sowieso jetzt. Und jetzt noch mal drücken. Du rin, ja. Und komm jetzt. Du rin, ja. Okay. Du rin, ja. Tatsächlich. Oh fuck. Ich guck dich. Sehr gut. Du schaffst das. Du rin, ja particular. und pack. weiter so. Und pach und pach. Los, los, machst du. Ja, oder feigling. Ah ne Quatsch, du düst halt noch nicht, ne? Dann riech ich wieder hoch. Jetzt riecht der. Aua! Und wieder zurück. Ich will den Blitz haben. Ich will ihn haben. Shit. Willst du ihn haben hier? Was? Ach shit. Oh, du feiges Stück. Oha! 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 Ich glaube, tatsächlich, das könnte gehen. Nee. Ja, nicht wenn er sich wegbrottet. Oha! Oha! Wahnsinn! Bullet hell! Ach ja. Verdammt ist er schnell. Ich wollte mir extra ein bisschen mehr Zeit lassen, um das spannend zu machen. Ja. Ah nein! Jetzt hör doch mal auf. Ich wollte halt nur zurück auf meine Lane. Oh shit. Ja, bei mir will er ja nicht. Feuer! 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 Mach du den Rest. Ich will nicht mehr. Ach. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Das ist übrigens auch die einzige Station, wo man sich Ducken vorbewegen kann, ne? Voll gut. Schöne Pose. Ja, ne? Immer mit dem Ellenbogen zur heutigen Zeit. Yeah! Wir haben exakt gleich viele Punkte. Wie kann das sein? Wow! Das Game macht ja richtig Spaß. Jetzt musst du trainen. Stimmt, jetzt kommt die Train-Stage. Will die auch noch nicht gespielt. Aichi. Aichi. Aichi, Rocky und Ommi hatte ich noch nicht. Tommy hebt mich für die letzten beiden Level auf. Okay, dann nehme ich mir jetzt Tommy. Nein. Nein, Tommy ist halt immer deine. Ich spiele ihn halt einfach nicht. Ich habe ihn in meinem Leben noch nie gespielt. Weil das ist halt immer so... Ich war immer so der Second Player und der große Bruder durften natürlich immer so die Mains. Ja! Ich habe immer Mario gespielt. Ich war Ryu. Ich war... Was war ich sonst noch? Tommy. Ich war Tommy. Uff. Schöne Explosions. Oh Gott, bin ich langsam. Guck mich an! Warum habe ich Billy genommen? Tja. Du verliebt in ihn warst. Wieso warst? Boah, der ist halt echt langsam. Der Ficker. Oh Gott, ich hätte easy drunter herrennen können. Guck dir das an! Wie konntest du das zweite Level mit ihm bloß spielen? Uh! Tschüss, wir sehen uns am Ziel. Ja! Na ja, weiß ich nicht. Komm hier jetzt! Komm hier! Ich treffe ihn nicht. Attacke der Schweinebacke! Oh, ne, ich weiß nicht. Ich treffe ihn nicht! Immer muss das der Billy machen. Der Billy macht davon. Oh, praise the Billy! Praise the Billy! Praise the Billy! Hahaha! Oh Gott! Reactions einfach. On point! Praise the Billy! Praise the Billy! Praise the Billy! Praise the Billy! Praise the... Praise the... Die Hitboxen funktionieren denn im Game nicht! Ah, fein! Wo kam der denn zu? Achso! Achso! Ich hab zwar viel Leben und ich möchte auch, dass es so bleibt, aber... Oh, 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 oh! Ich finde den Splitkick halt auch so gut, ne? Spagattes hat echt... Hallo! Kommst du jetzt her oder nicht? Gut. Nice. Praise the Billy! Praise the Billy! Praise the Billy! Praise the Billy? Hahaha! Ich glaube, du kriegst den Burger gleich. Da ist noch irgendwie... Ja, ich glaube, irgendwo kommt gleich einer, ja. Haha! Ich passe mal ein bisschen drauf. Ja, und ich spiel Billy! Ja, das ist richtig. Ich Splitkick einfach. Ah! Sicher, dass ich den Burger gleich nehme? Oh nein! Dann nehm du den. Was ne Hitbox! Ich hab ein Leben mehr als du. Ist dir doch egal. Ich hab mir noch Aure. Ah! Fuckin! Ich krieg den Burger! Hahaha! Das ist meine. Haha! Du 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 du! Hallo! Nicht ausrasten, bitte! Oh, warte, was? Ah! So viele fucking Blitzen, ne? Ja, ich versuch's ja auch. Nein! Oh, der ist gereidet! Jetzt auch scheißegal! Hahaha! Ich spiel nie wieder mit Billy! Nice! Offscreen kill! Ist das der Burger? Ja! Das ist der Burger! Sweet! Ja! Ich nehm den, ne? Ja, nehm doch, Mann! Lecker, lecker! Thomas ... Papa, Pa, von Papampapa! Das hier đượcen! Wo卓 ich da genaue angere! P Simple! Guck mal, dann kann ich das gleiche Wann mit. Und wenn's wieder eng wird. Wir spielen wir wirklich mit Taktik, was ist los? Ja, ne? Das ist ja irgendwie super weird. Früher hätte ich mich jetzt direkt verwandelt. Einfach weil! Haha! songs können! Wann gibt's die nächsten Leben? Ab 100? Ab eine Million? Ab 100.000 heimlich. Ab einer haben eine Milliarde. Aha. Ah ja, ich heim noch mit. Ah ja. Jump! Yes! Trieb ich nicht rein? Oh, ich glaub schon. Ah, ist mir egal. Nice! Yes! Nice. Aisha MVP. Das Face von Aisha war einfach so mit dich dreht. Oh, jetzt geht's nicht. Seid ihr schon mal von einem Spahn im Sohn? Guck dir die auf. Oh, Mann. Der Kopf ist so klein. Habt ihr IT gesehen? Du siehst aus wie Bernard aus aus Maniac Mansion, ey. Fies. Ach, der von fahren in Zug, immer. Ah, der hat versucht zu treten. Und der hat versucht mit zu treten. Der hat schwer. Drauf! Oh ja. Ah! Oh fuck, Hilfe! Die Mutmanns! Ich hätte jetzt noch extra warten müssen, bis der Zug vorbei ist, ne? Hoffentlich, ich bremse rechtzeitig, da vorne ist nämlich ne Wand. Oh man! Oh ja! Dreiste Zugführer! Deswegen fangst du ungefähr mit der deutschen Bahn. Au! Oh, da gab's noch einen Gegner, der geht schon ein bisschen rum, bzw. der versucht zu chargen. Oh ja, weil man den nämlich außerhalb der Schlucht kippt. Den will ich gleich haben. Warte, woher? Da bin ich. Ja! Ähm, Burner? Ich glaube... Darf ich die? Ja, klar. Na, das ist ein Blödsinn, ne? Okay. Oh, pass mal! Pass mal auf! Oh! Voll risky! Danke! Ich hätte doch voll in die Schlucht fallen können! Mit der Arsch von uns drin! Mit der Arsch von uns drin! Das wäre jetzt einfach ultra risky! Das wäre richtig gut geworden! Okay, ich hätte Alter 4. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! H-Tottleman! Da ist er! Komm her! Jetzt! Eins! Zwei! Komm! Charge mich doch an! Wie das halt einfach immer noch funktioniert und wie... Hat der nach 25 Jahren immer noch nichts gelernt! Mein Gott! Und nach mindestens 50 mal durchspielen von dem Game! Oh, der ist auch nicht schlecht! Oh, der ist auch gut, ja! Ja! Äh, okay! Sag doch einfach, dass ihr keinen Bock mehr habt! Ich hätte uns irgendwie verwandelt können, als wenn du nur noch eine Gier hast! Ja, ne? Hätt's ja! Ich mein, jetzt ist auch egal! Ja, ja! Pfff! Ah! Du Schwein! Du Schwein! Ja, jetzt kommt der Boss ja eh gleich, ne? Ja! Das ist ja fucking egal, ey! Halabatakda! Oh, fack! Ich musste grad überlegen, die Folge! Vielleicht verwandeln wir nicht doch vorher! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers! Hooo! Hooo! War gestern 40? Du bist voll die Rituale ausfüllen! Tzatzatzatzatzatzatz! Ja! Jetzt sind wir Boss! Magnet... Magnet... Magnet Head? Fantastic Magnet! Magneto... Magneta. Magnet Brain, ja. Ah, das S steht für Sucka! Hat der nicht auch irgendwie mal so ab und zu mal rumgeglitscht, dass wir ihn fertig gemacht haben? Dass er uns a noch Schaden zugefügt hat, beziehungsweise wir ihm noch Schaden zufügen konnten? Stimmt, wir konnten noch mal auf ihn draufhauen, einmal. In seinem Ableben. In so einem Aftertouch. In seinem Aftertouchen. So, hör doch mal auf, die ganze... So gut, Affe bist du dumm. Krasser Typ. Das nicht, ey. Uff, wo war denn der Stick of Truth bei dir? Sag ich nicht. Aha. Okay, du musst halt... Oh, der hat die Lend für mich gesetzt, das ist ja süß. Ah, du Schwein! Ich will dir aber auch mal ein bisschen Schaden auszahlen. Sag doch was schon Schaden! Ja, komm doch. Kommst du runter, oder was? Er kann sich nicht teleportieren. Ja, deswegen flippt er ja immer so. Oh, jetzt weiß er nicht wohin. Ach, Mann, ey! Bei des wolltest du doch die Spur. Nimm den! Oh, fuck! Das ist ganz schön gefährlich, was wir hier machen. Das geht eigentlich. Ah! Okay. Oh, fuck! Ah! Oh nein! Ich mach! Ich schütze dich! Okay. Ich kann ja auch springen. Oh! Oh! Das können wir ja auch machen! Nice one! Das ist aber auch so voll, das geht nicht so. Neh mich! Oh! 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 Nein! Jaaah Boris ancestors & Shit, ey! Oh, mein. Shit, ey! Das war bother Sie denn. 난 den hey, das ist so gröd kein connected. Joaaaaa! Jaaaaa! Jaaaaaaaa! Du bist also der Schraube, ey. Da war er einfach noch der, was ich kassiere işte… Fuck! Fucky sucky! Was gibt's zur Nächste? 200.000? Ich glaub jetzt kommen die noch 100.000er Schritten. Das ist ja ältsin, was ich jetzt erst lern mit so'n bisschen... Fies!